Herzlich willkommen zu diesem kurzen Video. Mein Name ist Thorsten Jasper von der Appella AG. Wir sind hier in Frankfurt am Main, gerade auf einer Dachterrasse und genießen hier noch ein bisschen die Aussicht. Wir haben heute schon spannende Vorträge gehört, unter anderem von Hubertus Clausius als Fondsmanager von dem Seahawk Long Short Equity. Long Short sagt schon das Thema. Es geht um einen Long Short Fonds und dieser Fonds hat letztes Jahr ein sensationelles Ergebnis hingelegt, nämlich rund um die 48 Prozent Zuwachs in einem Jahr. Herr Clausius, wie kam es dazu und geht das jetzt so weiter? Vielen Dank, Herr Jasper, auch für die Einladung zur Veranstaltung hier. Wir hatten mit Sicherheit ein Ausnahmejahr im letzten Jahr, 48,5 Prozent. Der Fonds hat jetzt seit Auflage in knapp vier Jahren PA 20,5 Prozent verdient. Insofern war das sicherlich ein positiver Ausweiser. Wie kam es dazu? Wir waren exponiert. Der Fonds ist fokussiert auf die Sektoren Transport und Energie und innerhalb des Transportsegmentes, was im Bereich der Frachtdienstleistung und Containerbefrachtung negative Wertentwicklung ausgewiesen hat, waren wir eher an den Tanksegmenten unterwegs, weil die Tanksegmente extrem fest waren. Und das lag unter anderem auch an den Spannungen in der Ukraine-Krise, Verschiebungen der Handelsschifffahrt, Ölprodukte, die aus anderen Ländern bezogen worden sind. Die Tonnenmeilen-Nachfrage ist nach oben gesprungen und dadurch hatten wir ein festes Frachtratenumfeld und eine gute Ertragslage in der Tankseffahrt. Und das war ein wesentlicher Performance-Treiber für das gute Ergebnis im letzten Jahr. Dennoch ist das Performance-Ziel des Fonds liegt bei acht bis zehn Prozent PA. Das hatten wir bei Auflage so formuliert und vorwärtsblickend ist das auch die Ambition für den Fonds. Ja. Was sind aus Ihrer Sicht die Argumente, warum ein Vermittler jetzt ihren Fonds in das Portfolio des Kunden mit einbinden sollte? Das sind die Diversifikationseigenschaften. Also wir haben ein durchschnittliches Fonds-Beta relativ zum MSCI World als im weltweiten Aktienmarkt von unter 0,4 und dadurch eignet sich dieser Fonds aus unserer Sicht gut als Beimischung im Gesamtportfolio-Kontext. Super. Vielen Dank für das kurze Statement. Und wenn Sie jetzt Interesse bekommen haben, dann schauen Sie gerne mal rein. In unserem Markt, das Service-Center sind natürlich alle Unterlagen hinterlegt und die Kontaktdaten von Herrn Clausius, die blenden wir natürlich hier im Video noch ein und packen Sie auch hier in die Beschreibung des Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke.